Dr. Scheligas Heiterbildung, der spritzige Humor-Podcast aus dem Wartezimmer des Lebens. Coole Gäste, motivierende Impulse, humorvolle Philosophien und Gedanken, die unter die Haut gehen. Talk und Tratsch, medizinisch, inspirierend und frei von der Leber weg. Von und mit Dr. Roman Scheliga. Das erste Mal sah ich sie auf der Eventbühne und hatte die große Freude, von ihr anmoderiert zu werden. Seitdem sind ein paar Jahre vergangen und immer wieder haben sich unsere Wege gekreuzt. Sie ist für mich einer der sympathischsten Menschen, die in der österreichischen Medienlandschaft zu finden ist. Ihr Lächeln verwandelt den Ernst des Lebens in animierende Motivation und ansteckende Energie, egal ob live oder aus der Flimmerkiste, die ja heute nur noch als Flatscreen bekannt ist. Sie strahlt unbändige Lebensfreude aus, gepaart mit jugendlicher Neugier und dennoch hundertprozentiger Professionalität. Einer, wie ich finde, selten charmanten Kombination im beinharten Fernsehbusiness. Sie kommt aus dem Sport, aktiv und als Moderatorin, hat dazu bravourös die letzte Staffel von Dancing Stars moderiert und ist seit kurzem stolze Besitzerin einer Rommi, dem österreichischen Fernsehpreis. Aber in ihr steckt noch viel mehr. Im Kürze wird sie uns bei der Fußball-EM, bei den Niederlagen oder hoffentlich natürlich bei den Siegen unserer österreichischen Mannschaft begleiten und uns auch schon mal den Trost spenden, den wir wohl brauchen werden. Herzlich willkommen im Wartezimmer meiner Heiterbildungsordination Christina Inhoff. Hallo Christina. Hallo Roman. Christina, wie werden wir die EM spielen? Du, bevor ich die erste Frage beantworte, muss ich einfach mal wirklich Danke sagen. Ich glaube, ich wurde noch nie so schön anmoderiert. Ehre, wem Ehre gebührt. So herzlich, so liebevoll, so persönlich. Dankeschön. Also so kommt man gerne an hier bei dir, bei diesem schönen Podcast. Zu deiner Frage. Du hast gefragt, wie wir die EM spielen werden. Wie wir als Österreicher die EM spielen werden. Also wir haben ja, glaube ich, auch das Teilnahmerecht bekommen. Ja, aber wirklich sportlich qualifiziert. Das muss man schon sagen. Ich meine, bei manchen Europameisterschaften, wir erinnern uns an 2008 zum Beispiel, da waren wir ja dabei, weil wir Austragungsort waren, Österreicher damals. 2016 haben wir uns sportlich qualifiziert und jetzt 2020, beziehungsweise jetzt 2021 stattfindend ja auch. Also sind wir zu Recht mit dabei. Ja, und wie weit wird es gehen mit uns? In welche Richtung wollen wir uns bewegen? Werden wir da die Vorrunde überstehen? Naja, das ist natürlich das, was der Teamchef und die Spieler immer als großes Ziel ausgeben. Zumindest mal die Gruppenphase überstehen. Ob es klappen wird, werden wir sehen. Geschafft haben wir es ja noch nie. Gut, also ich hoffe, dass du mit positiven Vibes unsere Mannschaft unterstützen wirst. Jetzt fange ich gleich mal mit einem Klischee an. Frauen und Fußball. Und noch dazu du in der ersten Reihe. Wir haben vorher geplaudert, du wirst einige Spiele moderieren. Und Frauen im Fußball. Und dann sagt uns die Christina noch, uns intelligenten Männern, die alles wissen, wie die Abseitsfalle funktioniert. Und dann hast du auch noch recht. Und das geht ja schon gar nicht. Woher kommt denn deine Liebe zum Sport und speziell zum Fußball? Ja, ich bin eigentlich aufgewachsen mit Sport. Mein Papa war Sportlehrer. Das heißt, er hat schon früh mit uns Bewegung gemacht. Ich meine, wir hatten das Glück, in einem Garten aufzuwachsen. Also mein Bruder und ich. Und da wurde immer viel herumgetollt. Und der Papa hat mit uns im Garten schon geturnt. Und ich bin schon mit zweieinhalb oder drei Jahren auf den Skiern gestanden. Und habe so die ersten Rutschversuche unternommen. Ich habe dann auch, wie heißt das, also rhythmische Gymnastik gemacht. Und bin dann schlussendlich zum Handball gekommen mit sechs Jahren. Habe richtig bei Hypo Niederösterreich gespielt, bis in die Jugend. Muss sagen, habe dann, bevor es richtig professionell geworden ist, wieder aufgehört. Aber Sport war einfach immer Teil der Familie. So bin ich aufgewachsen. Und ja, Fußball war aber jetzt nie das vorherrschende Thema. Es war immer Teil davon. Aber es war jetzt nie so, dass ich schon auch aufgewachsen bin am Fußballplatz. Sondern das ist dann eigentlich während des Studiums gekommen. Ich habe ja Sportwissenschaften studiert und musste auch bei der Aufnahmeprüfung selbst Fußball spielen. Das war mehr schlecht als recht. Aber ich bin Gott sei Dank ins Studium reingekommen. Und durch das Studium habe ich dann auch wirklich die Kontakte bekommen zum Sportjournalismus. Habe zwar schon immer gewusst, ja, ich möchte gerne mal beim Fernsehen arbeiten, moderieren. Aber dass es dann auch die Sportrichtung und speziell Fußball wird, das ist dann durchs Studium so gekommen. Aber das ist ja nicht nur der Sport, mit dem du jetzt in den Medien bist. Wir kommen gleich dazu. Du wirkst immer so fröhlich und immer nett. Also wirkst zumindest so. Wahrscheinlich gibt es auch eine böse Seite von der Christina. Nein, natürlich nicht. Wo wird die Christina ungemütlich? Wenn sie Hunger hat. Okay. Das verstehe ich als Mediziner. Die Unterzuckerung ist das Schlimmste. Ja, also wirklich. Gott sei Dank. Es geht ja vielen Menschen so. Aber ich bin wirklich, ich kann da, mein Freund kann da ein Lied davon singen. Der weiß aber auch immer schon, der sagt zu Scherz einfach, man müsste eigentlich immer so einen Cracker eingesteckt haben oder so einen Keks. So, wenn die Christina hungrig wird und dann wird sie wirklich ein bisschen zickig. Ein bisschen ungemütlich. Du, ich kenne das von meiner Frau und ich habe einen Cracker eingesteckt. Also das hilft wirklich. Irgendein kleines... Immer ein Snack dabei. Ja, genau. Und ja, wann wäre ich ungemütlich? Ja, gibt definitiv die Seiten. Ich muss sagen, natürlich zeige ich sie weniger in der Öffentlichkeit oder im Fernsehen, weil das eigentlich ja eh im Fernsehen die Momente sind, die mir Spaß machen. Es macht mir tatsächlich einfach immer Spaß. Und deswegen kann ich auch eigentlich immer glücklich und fröhlich sein. Aber auch ich bin ein Mensch und ich bin schlecht drauf und habe schlechte Tage. Tage, wo einfach gar nichts wirklich hinhaut und ja, ich auch mal unfreundlich sein kann. Kann man eigentlich nett sein lernen? Hast du so eine Lebensphilosophie? Weil ich sehe dich immer, egal ob du jetzt live bist oder auf Fotos, du strahlst immer. Und es gibt ja dieses Berufslächeln, das wir alle kennen. Aber ich spüre und ich beschäftige mich mit dem Humor, mit der Leichtigkeit seit lange. Da kommt viel von innen heraus. Und das ist das Schöne, finde ich, an dir. Danke vielmals. Ja, es ist echt. Das ist wirklich so. Ich glaube, das ist auch meine Persönlichkeit. Ich bin ein grundsätzlich optimistischer Mensch. Ich glaube, dass immer alles, was zu einem kommen soll, kommt. Positiv wie negativ. Also auch mal Niederlagen, dass die einen Sinn haben, wenn sie ins Leben kommen. Also ich sehe immer was Positives oder versuche auch in negativen Dingen mal was Positives zu sehen, einen Sinn zu erkennen. Und habe aber auch jetzt im Laufe der Jahre gelernt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man nett ist, zu anderen Menschen wertschätzend. Und das versuche ich auch wirklich in meinem Arbeitsumfeld. Da ist keiner weniger wert oder mehr wert als der andere, weil er jetzt die Funktion hat oder das macht, sondern es ist ganz wichtig. Und das habe ich auch, muss ich sagen, von meinem Freund gelernt, der auch schon lange an meiner Seite ist, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt da durchs ORF-Gebäude spaziere und da gibt es ja tausend Mitarbeiter gefühlt am Königlberg und ich kenne nicht jeden, gerade jetzt, wenn man so eine Maske im Gesicht hat. Aber mir ist es wichtig, ich sage dann zum Beispiel trotzdem zu jedem am Gang, den ich treffe, hallo oder ja, guten Morgen. Und das ist einfach so eine Wertschätzung. Und du weißt nie, die Leute kennen dich aber vielleicht, weil sie dich vielleicht doch schon gesehen haben auf Sendung. Aber so dieses Wertschätzende habe ich mit den Jahren gelernt. Wunderschön. Wichtig. Und Danke sagen, wenn dir jemand irgendwie hilft und so. Also das ist, ja. Absolut. Jetzt, ich war bei mir das Gefühl, weil ich da auch so ähnlich denke wie du, dass man oft in diesen Zeiten, wenn man jetzt positiv drauf ist, so ein bisschen ein querulant ist, also ein Realitätsverweigerer. Warum kannst du jetzt gerade gut drauf sein, wo wir doch und so weiter haben. Also ich kann nur hoffen, dass du das nie verlierst, weil wir brauchen solche Leute wie dich, die wirklich mit positiver Energie durchs Leben rennen. Weil die Energieräuber, die lauern ja an allen Ecken und Enden. Hast du eine beste Freundin? Ja. Also ich habe mehrere gute Freundinnen. Aber so eine hast du. Wenn ich die jetzt anrufen würde und die jetzt frage, jetzt sei mal ehrlich, wie ist denn die Christina wirklich? Was würde sie sagen? Boah, gute Frage. Ich habe sie nämlich einmal schon gefragt für ein anderes Interview. Ich weiß jetzt gar nicht mehr in welchem Zuge, aber da habe ich mal gesagt, hey, bitte sag mir mal ganz schonungslos, wie ich bin und was du denkst. Und sie hat auch echt einen kritischen Blick auf mich gehabt. Genau das, was sie, also sie hat gesagt, eben positiv und offen und lebensfroh und so. Aber sie hat zum Beispiel auch gesagt, und das fand ich sehr interessant, das hat schon ein bisschen kurz weh getan, wie ich das gehört habe. Da hat sie gesagt, dass ich manches Mal auf den ersten Blick für andere ein bisschen arrogant wirken kann, obwohl ich das eigentlich nicht bin. Liegt vielleicht am Job oder dass man halt oft, wenn man das, was ich arbeite, ja schön geschminkt ist und hergerichtet und so. Und dass ich da manches Mal vielleicht so ein bisschen eine leicht arrogante Art haben kann. Und da habe ich immer gedacht, oh, wer will schon arrogant sein? Stimmt, genau. Und ich meine, ich glaube, so die Wahrnehmung ist manchmal ganz gut, so von anderen zu bekommen, obwohl man sich selbst nicht so fühlt. Du lachst ja extrem gerne und das finde ich super. Das finde ich genial. Auch wenn andere zuschauen. Ich habe da auch mit dem Kollegen, mit dem Alice Christa, mit dem ich auch selbst Cabaret gespielt habe, da war ja, glaube ich, bei W24 einmal ein Lachanfall, mit dem Stronach gemacht hat. Und das war so wunderschön, weil ich mir gedacht habe, das kommt so heraus. Also Lachen ist für dich was Schönes, oder? Ja gut, für wen ist Lachen nichts Schönes? Ja, du glaubst gar nicht, wie viele Menschen sich das Lachen verbieten. Und einfach sagen, ja, ich darf in meiner Funktion, in meiner Position nicht mehr lachen, nicht mehr lächeln. Da geht es um Business. Also das zu bewahren. Aber ich glaube, für dich gibt es auch manche Dinge, wo Schluss mit lustig ist. Jetzt habe ich ein bisschen recherchiert natürlich. Es war, glaube ich, 2017 bei einem Interview in Salzburg bei der Meisterfeier, wo du hinterhältig vom Torhüter, das war ja der Alexander... Walke, der dich dann mit Bier geduscht hat. Und im ersten Blick hat man sich gedacht, okay, die spielt da mit. Aber dann hat man schon ein bisschen gemerkt, das ginge zu weit. Was ging da in dir vor? Hattest du das Gefühl, es ginge zu weit? Ja, ich glaube, das war so ein bisschen so, ja, ich mache jetzt gute Miene zum bösen Spiel. Aber, oder war es anders? Nein, keine Sorge. Also ich bin da sehr, wie sagt man, schmerzbefreit. Das ist Teil von meinem Job. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Moment fand ich sogar wirklich lustig, weil ich wusste, das finden jetzt andere sehr lustig. Das stimmt, genau. So ein bisschen schadenfreu. Ich bin ja auch bei anderen. Also ich jedes Mal, wenn ich im Fernsehen so sehe, ah, meine Kollegen sind da irgendwo bei einer Meisterfeier. Oh, da warte ich schon auf die Bierdusche. Und deswegen, weil ich ja weiß, Fernsehen ist auch ein Entertainment, hat mich das überhaupt nicht gestört. Außerdem war es ein warmer Früh-Sommertag. Und ich meine, ich muss sagen, es war sehr viel Bier. Sehr. Er hatte ja wirklich so einen Fünf-Liter-Krug. Und ich trinke ja auch kein Bier, das kommt auch noch dazu. Also bist du nicht nachher zu ihm hingegangen und gesagt hast, das machst du nie wieder? Nein, ich habe ihn dann schon interviewt, habe ich gesagt, so im Nachhinein, ich so, Alex, ich weiß, weil das ist ja auch ein sehr direkter Typ, dieser Alexander Walke, ein Berliner und so, die Deutschen sowieso. Der war halt einfach so, der ist immer so ein bisschen direkt und haut raus, was er sich denkt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Alex, ich weiß, wir hatten in dieser Saison das ein oder andere etwas schwierigere Interview, aber habe ich das jetzt wirklich verdient? Und er hat gesagt, ja, du bist so unschuldig dagestanden, ich konnte gar nicht anders. Sehr schön, okay, dann wird das ja relativiert. Aber wir sind uns nicht böse, also wir lachen drüber. Super. Apropos lachen, worüber lachst du gerne? Außer über andere, wenn sie selbst einen Bierkrug rüberkriegen? Ja, worüber ich lache, ich habe eigentlich einen, vielleicht traut man mir das im ersten Moment nicht zu, schon auch einen sehr tiefen Humor manchmal. Also ich kann mit so Männerrunden, die da jetzt so etwas derbere Schmähsreißen auch ganz gut mitlachen. Du weißt, welche Frage jetzt kommen muss. Hast du einen Lieblingswitz, einen Lieblingspoint momentan? Ja, naja, schau, ich merke mir Witze nie ganz, nie wirklich gut. Das ist das Problem. Wenn mich jemand fragt, es gibt nur einen einzigen Witz, den ich mir merke und bin froh, dass ich das überhaupt tue. Und zwar lautet der, was macht man mit einem Hund ohne Beine? Keine Ahnung. Um die Häuser ziehen. Ich weiß nicht, ob das irgendwer lustig findet, aber der ist irgendwie ein bisschen gemeint. Nein, ich habe gerade Bilder im Kopf. Wir haben da drüben auch einen Hund, den man vielleicht schon gehört hat. Ich werde das mit ihr besprechen. Und das ist wirklich der Einzige, den ich mir merke. Aber sonst darf es gerne mal ein bisschen ein derbarer Schmäh sein. Sonst, glaube ich, könnte man auch gar nicht so in einer Fußballredaktion arbeiten mit lauter Fußballerlegenden, Experten. Also das ist... Ja, kann ich mir vorstellen. Wo ist für dich wirklich Schluss mit lustig? Was findest du nicht witzig? Wenn Menschen unfair und ungerecht behandelt werden, das ist etwas, was ich selber auch schon natürlich in dem Business mitbekommen habe, am eigenen Leib. Und da kämpfe ich immer. Aber auch für andere. So Ungerechtigkeiten, unfaires Behandeln, das bringt mich echt auf die Palme. Jetzt hast du gesagt, es ist immer sehr schön, so ein bisschen Schadenfreude zu haben. Aber hast du selber schon mal was Peinliches erlebt, wo du jetzt drüber lachen kannst? Und man sagt, weil die schönste Form des Humors ist ja, über sich selbst lachen zu können oder um es sportlich auszudrücken, sich selbst auf den Arm zu nehmen. Also gab es so irgendein Erlebnis, wo du dir gedacht hast, also damals wäre ich am liebsten irgendwo in ein Loch verschwunden und jetzt lache ich drüber. Auf Sendung? Ganz egal. Na ja, okay, auf Sendung ist jetzt noch nie so etwas super Peinliches passiert. Mir ist also privat sehr unangenehm war mal, wie meine Schwiegermutter ein nagelneues iPhone zum Geburtstag hätte bekommen sollen und alle haben da mitgezahlt und sie hat es noch nicht bekommen und ich bin an dem Tag erst von der Arbeit etwas später zu dieser Geburtstagsfeier gestoßen. Also sie hatte das Geschenk noch nicht und ich bin aber dann zu ihr hin und habe gesagt, hey und wie gefällt dir dein neues iPhone? Ist das cool? Und sie so, mein neues iPhone? Ey, ey, ey. Also sie hat es noch nicht gewusst und ich habe verraten, dass das mega geschenkt das iPhone sein soll. Eine Überraschungscrasherin. Echt peinlich und unangenehm in dem Moment, ja. Aber sonst ist es jetzt noch nie so etwas Großartiges, Peinliches passiert, aber das war schon so ein Moment, wo ich am liebsten so im Erdboden versunken wäre. Aber ich verspreche dir, du wirst in dem Leben noch viele Peinlichkeiten erleben und drüber lachen können. Ich kann mich auch einmal erinnern, ich habe eine Freundin, die ich schon länger nicht gesehen habe, getroffen und habe gesehen, sie ist schwanger und habe zu ihr gesagt, und wann ist es denn soweit? Und sie hat dann gesagt, vor zwei Wochen. Oh ja, das ist aber unangenehm. Und das war, also ich bin dann bald von der Party gegangen, weil das war dann peinlich und jetzt lachen wir drüber, weil das war so eiskalt abgeschossen. Wie geht es dir denn? Und vor zwei Wochen. Ja, aber gut, zwei Wochen nach einer Geburt auf einer Party stehen ist halt auch ambitioniert. Ja, ist ambitioniert, aber es war offensichtlich, dass es nicht offensichtlich war. Du warst bei W24, Puls 4, Sky, dann ORF, Dancing Stars. Erinnerst du dich noch, wie du den Anruf bekamst? Wollen sie nicht diese Show moderieren oder wie war denn das? Ja, den Moment werde ich natürlich nie vergessen. Ich war lustigerweise gar nicht in Österreich, sondern in Deutschland, bin gerade in Köln gesessen und habe mich auch auf einen anderen Termin vorbereitet, war gedanklich ganz woanders. Das war im August 2020 und da war dann am Telefon der Alexander Hofer, der Unterhaltungschef des ORF und hat gemeint, ja, naja, Christina, und eventuell, und das hängt alles mit Corona zusammen, gibt es einen Wechsel bei der Moderation von Dancing Stars, Dancing Stars, was in einem Monat schon beginnen sollte und eventuell, und wir wollten nur mal fragen, ob du da Zeit hättest. Und ich so, ja, natürlich hätte ich Zeit. Also, das war verrückt und das war es aber mal, das war das Telefonat und dann habe ich zwei Wochen lang nichts gehört und war, ich hörste ja ganz am Schluss, ich konnte schon nicht mehr gescheit schlafen, weil ich so aufgeregt war und endlich wissen wollte, was ist jetzt, was ist jetzt los? Und dann kam, ich werde es nicht vergessen, am 26. August kam dann der lösende Anruf von der Dancing Stars, Sendungsverantwortlichen, die dann gesagt hat, ja, Christina, wir wollen das gern mit dir machen. Und die Miriam konnte ja leider nicht anreisen, weil sie in England wohnt und so durfte ich innerhalb von ganz kurzer Zeit diese Riesenshow übernehmen. Ja, war wahnsinnig. Ich habe dir eh dann auf Facebook geschrieben, weil ich das wirklich grandios fand, wie du das gemacht hast, weil das natürlich eine Sendung ist, die natürlich einen wahnsinnigen Wiedererkennungsfaktor hatte, der oder hat, wo die jahrelang wirklich tolle Quoten hatten. Und jetzt ein bisschen provokant gefragt, du wurdest ja natürlich mit der Miriam Weichselbraun verglichen und da gab es einerseits diese Lobeshymnen, ja, Wahnsinn und toll, wie sie es macht. Und dann gab es aber auch so ein bisschen Kritik, vielleicht aus der Kollegenschaft, vielleicht aus anderen Dingen. Und ich habe ein paar Sachen herausgefiltert. Kritik an? An mir, ihr oder uns? Ja, kriegst du gleich die Frage. Zum Beispiel hat einer geschrieben, viel zu große Schuhe für das junge Mädel. Quoten-Tussi stand da drinnen. Das habe ich damals bei Puls 4 schon gelesen. Ja, bei Champions League. Wie gehst du mit solcher Kritik um? Ich meine, geht das so links und rechts vorbei und denkst dir, mein Gott, ich mache mein Ding. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, wenn jemand schreibt Quoten-Tussi, finde ich, ist das eine Kritik, die kein Niveau hat. Und deswegen prallt das auch total an mir ab. Wenn jemand aber wirklich sich Zeit nimmt und ein konstruktives Feedback geben will oder klar auch eben sagt, ja, das und das gefällt mir gar nicht, aber der das niveauvoll verpackt, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass ich da dann vielleicht eine Antwort zurückschreibe. Aber wenn etwas einfach nur so, ja, ich kotze jetzt einfach mal meine Meinung raus, ist, vor allem auf Social Media und dann vielleicht mit... Oder mit einem Decknamen. Ja, dann hat das überhaupt keinen Stellenwert für mich. Jetzt hast du diese ganze Serie Dancing Stars sensationell zu Ende moderiert. Was war denn Learning draus? Also weil es wäre in der Menge, in der Intensität war das ja noch nie da in deinem jungen Leben, oder? Ja, also was ich gelernt habe, ist tatsächlich, unverhofft kommt oft. Das zieht sich so ein bisschen durch mein Leben, dass Dinge sich manchmal auftun, Chancen auftun, eben in den größten Krisen. Es ist allerdings so, man muss halt dann wirklich da sein und abliefern und quasi sich schon in den Jahren zuvor schon in Position gebracht haben. Aber du musst halt manchmal dann wirklich, wenn sich eine Chance auftut, da sein, dein Bestes geben und dann kann daraus ganz viel entstehen. Also unverhofft kommt oft, habe ich gelernt. Und dass ich eigentlich, wenn ich es schaffe, ganz bei mir zu bleiben und mich wirklich nur auf mich konzentrieren, nicht versuche, wie jemand anderer zu sein, dass das am besten ankommt und dass Authentizität im Fernsehen, die Leute brauchen authentische, ehrliche Menschen, Menschen, die ja einfach ehrliche, gute Laune haben. Und das habe ich jetzt während der Krise gemerkt, dass die Leute das sehr, sehr mochten. Ich glaube nicht nur im Fernsehen, sondern generell sind das die Menschen, die anderen Menschen Energie geben. Jetzt, wie gehst du mit dieser Popularität um? Du hast mir vorher gesagt, du pendelst ja von einem Podcast zum nächsten, von einem Interview zum nächsten und bald wirst du selber andere Menschen interviewen. Was hat sich deinem Leben verändert? Brauchst du jetzt einen Bodyguard? Gehst du mit dunklen Brillen in Mödling spazieren oder bist du hier mit einer schwarzen Limousine aufgetaucht? Nein, also du zeichnest dir ein Bild, was es so wahrscheinlich höchstens bei einem David Alaba geben würde mit Bodyguard und Limousine. Da sind wir noch ganz weit davon entfernt. Ich bin froh, wenn ich da in Wien keinen Strafzettel bekomme. Also ich habe nirgendwo Vorteile jetzt, um Gottes Willen. Ja, es hat sich schon natürlich was verändert seit Dancing Stars. Das merke ich. Es sind mehr Interviewanfragen. Man ist dann schon ein bisschen gefragter, würde ich sagen. Aber an sich hat sich jetzt für mich nicht viel verändert. Ich bin nach wie vor die gleiche. Mein privates Umfeld, mein Freundesumfeld, mein Familienumfeld. Ich sage auch immer, ich möchte gar nicht so viel immer über das Berufliche reden, weil der Beruf ist da und das, was privat und bei meiner Familie passiert, ist halt die Christina, die Private und die will sich auch gar nicht immer mit dem ganzen Beruflichen auseinandersetzen. Hast du Heiratsanträge gekriegt oder unmoralische Angebote? Gab es da so ein paar? Also nein, nichts Übertriebenes. Natürlich, ich kriege schon Zuschriften, wo mir Männer dann ganz offen so einen Steckbrief von sich schicken und fast einen Lebenslauf und eine Bewerbung und sie würden mich gerne mal auf einem Café treffen und persönlich kennenlernen. Aber das geht natürlich nicht. Vor allem wenn sie Podcasts wie deinen jetzt hören, dann haben sie schon dreimal gehört, dass da bei mir die Tür zu ist. Fünfmal, fünfmal. Ich glaube, die Tür ist offen für deinen Freund oder du hast ja auch von der Schwiegermutter schon den Spauheber zugehört. Naja, das sage ich deswegen, weil es ist so schwierig zu beschreiben. Ich meine, wir sind schon so lange zusammen seit der Matura und jetzt bin ich 32. Also es ist schon ein Zeitalter. Das könnte gut gehen, ja. Das könnte gut gehen, ja. Wenn du so einem junger Menschen, der so auch durch seinen Lebenswillen auf der einen Seite hat, natürlich auf der anderen Seite auch einen beruflichen Drive. Was würdest du einem junger Menschen empfehlen, der so auch ein bisschen in die Medien möchte, ins Fernsehen möchte? Was sind so deine Tipps? Einerseits, ich habe so viele Tipps, ich würde am liebsten allen Menschen, allen jungen Menschen irgendwie weiterhelfen, weil ich war ja selbst vor wenigen Jahren erst in der Lage. Also ich fühle mich da wirklich, ich habe ganz einen argen Drang, jungen Menschen, die da auch so interessiert sind, irgendwie zu helfen. Da wäre ich auch sicher in naher Zukunft mal so ein gewisses Projekt starten, um schon mal so ein bisschen was zu verraten. Das musst du mir dann erzählen, was du dann machst. Das klingt sehr gut. Und ja, was ich einfach raten kann, ist einmal klein beginnen. Das habe ich selbst auch gemerkt. Man kann nicht von Beginn an schon bei den ganz großen Sendern arbeiten und es ist auch oft nicht gescheit, wenn man gleich bei den großen Sendern startet, sondern bei kleineren Unternehmen, wo man gleich schon mehr Aufgaben übernehmen kann, wo es wirklich wichtig ist, dass man eben gleich ein bisschen was zu tun bekommt, Verantwortung übertragen bekommt, anstatt wenn man jetzt bei einem großen Unternehmen ist und da gar nicht so viel lernt, habe ich selber nämlich in meinen jungen Jahren erlebt. Also klein beginnen dann natürlich das Wichtigste, immer versuchen, an sich selbst zu glauben, auch wenn es manchmal schwer fällt. Aber man sollte auch immer dann schauen, dass man eine Person zumindest im Umfeld hat, die wirklich bedingungslos an einen glaubt und die einen wieder aufrichtet, wenn man mal eine Niederlage erlebt hat. Und von denen wird es genug geben auf dem Weg. Das ist sehr steinig. Das führt mich über zu meiner Rubrik der Flotte Dreier. Und zwar geht es darum, was braucht es aus deiner Sicht, was brauchen die Menschen, um wieder Fröhlichkeit zu leben und heiter durch ihre Tage zu gehen. Welche drei konkreten Tipps hast du für unsere Podcastlerinnen und Podcaster? Ja, pass auf. Ich würde auf alle Fälle sagen, damit das Leben ein bisschen einfacher vor allem mit sich selbst ist und wird, ist es wichtig, sich selbst besser kennenzulernen. Das habe ich selber erfahren müssen und das ist oft eben ein schmerzvoller Weg auch. Aber umso besser man sich selbst kennt und das bedingt natürlich auch, dass man älter wird, umso leichter hat man es mit sich selbst, umso öfter kann man sich selbst auch mal verzeihen. Und das ist so wichtig, wenn man sich gut kennt und mit sich selbst vielleicht manchmal ein bisschen gnädig ist und nicht so streng mit sich selbst. Dann, glaube ich, ist auch sehr wichtig, sich selbst oft was Gutes tun. Das heißt, sich mal selbst eine Massage schenken. Nur für sich selbst etwas Kochen, etwas Gutes. Das habe ich jetzt zum Beispiel während der Corona-Zeit gemacht. Ich habe mir einfach mal ab und zu, wenn es dann erlaubt war, eine Massage geschenkt. So, Zeit für sich selbst. Und dann liege ich da und lasse mich massieren und denke mir so, boah, jetzt mache ich gerade was für mich. Und das ist in diesem hektischen Arbeitsalltag, den man oft hat, so wichtig, dass man sich auch denkt, boah, jetzt habe ich mir gerade selbst was Gutes getan. Ich gönne mir was, ja. Genau. Und was ich eben schon bei Punkt 1 so ein bisschen gesagt habe, ist nicht so streng mit sich selbst sein. Und das habe ich wirklich erst so in den letzten Monaten auch jetzt kapiert. Wenn man mal, sagen wir mal, du machst eine Fernsehsendung und von zehn Punkten hast du einen Punkt, hast du einen Fehler gemacht. Ein Interview, eine Frage, die nicht so gelungen ist oder das war nicht so gut. Aber neun Dinge hast du richtig gemacht. Aber du hängst dich genau auf diesen einen Fehler auf, der dir eben nicht so gut gelungen ist und machst dich verrückt wegen diesem einen Ding. Und das ist es, was ich meine. Vielleicht sich selbst ein bisschen mehr verzeihen, nicht so streng sein und sich denken, ich habe aber neun Dinge gut gemacht. Also weißt du, da den Blick ein bisschen zu verändern. Das ist auch sehr spannend, was du sagst. Das bekommen wir leider in der Schule schon mit. Es werden die schlimmen Sachen, die fünf Fehler werden angekreuzt, aber die 150 Sachen, die man gut gemacht hat, die werden nicht einmal kommentiert. Also das ist sicherlich ein sehr guter Tipp, den wir bis ins hohe Alter haben können. Jetzt haben wir etwas, von dem natürlich keine Ahnung hat, was jetzt kommt. Ich weiß es nämlich auch nicht. Ich brauche drei Zahlen von dir und hinter jeder Zahl steht eine Frage. Und die stelle ich dir. Also wir haben 150 Fragen. Du kannst mir irgendeine Zahl sagen und ich bin gespannt, was diesmal kommt. Was ist deine erste Zahl? Meine Glückszahl 2. 2. Was war das Beste, das du dir einmal für unter 100 Euro gekauft hast? Puh. War das eine schwierige Frage. Was war das Beste? Oder wo du gesagt hast, also das habe ich mir, an das werde ich mich immer erinnern. Naja, als Erste würde mir jetzt einfallen, dass viele essen, was ich mir schon gegönnt habe. Weil oft wirklich, da bestelle ich im Restaurant sowas Köstliches und denke mir, um Gottes Willen ist das gut. Also wirklich das erste, erste Gedanke, der mir jetzt gekommen ist das Beste, was ich mir je gegönnt habe unter 100 Euro. Was mir jetzt so einfällt, wäre ein ganz tolles Steak zum Beispiel. Das ja auch schon mal 60, 70, 80 Euro kosten kann, aber so fantastisch schmeckt, dass man sich denkt, wow. Man sieht das ja auch, dass du viel isst. Du schaust dir also extrem adipös aus, muss ich sagen. Gut, die nächste Zahl. 77. 77. Gut. Also du schaust, du kontrollierst das. Ich mache das wirklich. 77. Okay. Okay. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es haben? Glaub an dich. Kurz, prägnant, perfekt. Und eine Zahl haben wir noch? 14. 14. Welche Menschen inspirieren dich und warum? Es sind jetzt mir eigentlich auch als erstes in den Kopf geschossen so meine engste Familie. Hier, da schaue ich mir sehr viel ab. Und ja, es gibt jetzt eigentlich nicht Menschen in dem Sinn, die mich inspirieren, sondern oft ist es das Leben und Situationen, die ich erlebe, von denen ich meine Inspirationen dann ableite. Also kein Vorbild oder so, wo du sagst, so wie der oder so wie die möchte ich? Nein, gibt es gar nicht. Wir kommen langsam zum Schluss. Ein paar Fragen habe ich noch. Wenn du etwas sofort ändern könntest in unserer Zeit, was wäre das? Und damit verbunden auch die Frage, damit du ein bisschen länger nachdenken kannst, welche Zauberkraft hättest du gern, wenn es eine gäbe? Na gut, also Zauberkraft, ich würde gerne fliegen können. Das wäre sehr, sehr, sehr spannend. Ich bin ja schon mal aus einem Flugzeug rausgesprungen, aber da bin ich halt runtergefallen und dann nicht geflogen in dem Sinn. Also ich würde gerne einmal, ich habe die Welt schon von oben gesehen, aber ich würde gerne auch ein bisschen fliegen können. Das wäre toll. Was würde ich ändern? Na gut, da fallen mir sofort viele Dinge ein. Corona-Krise, was man da alles ändern wollen würde. Ja, einfach so, das hat eh auch jetzt mit der Krise zu tun, so wie die Menschen oft gehässig zueinander sind. Das würde ich irgendwie versuchen zu ändern, wenn ich könnte. Also und wie die Menschen so teilweise auf sich schimpfen. Man merkt es halt jetzt natürlich auch mit diesem Social Media und im Internet. Die Menschen sind so gemein teilweise zueinander, weil wenn man ein bisschen versuchen könnte, darüber nachzudenken, es trägt eh jeder sein Päckchen. Egal, ob er jetzt reich oder arm ist, aber jeder hat so seinen eigenen Rucksack im Leben. Und wenn man versucht, ein bisschen rücksichtsvoller zu sein, das würde ich gern bei der Menschheit ändern. Okay. Was sind deine Pläne? Wohin geht die Reise? Und daran angeschlossen auch die Frage, welche Sendung würdest du nie moderieren? Nie moderieren würde ich Trash-TV? Big Brother zum Beispiel. Also da sehe ich mich gar nicht. Ich verstehe es, dass das total viele Leute unterhält und dass sie da ihren Spaß haben. Ich muss sagen, ich schaue ja selbst auch gerne mal Dschungelcamp. Big Brother eben eher weniger, aber so dieses richtige Trash-TV, da sehe ich mich auch selbst nicht als Moderatorin. Hingegen eben Unterhaltungsfernsehen, ja, sofort. Große Musik-Unterhaltungsshows, Tanzshows im deutschsprachigen Raum, das ist eben so mein absoluter Traum in der Unterhaltungsbranche. Und ja, wohin die Pläne gehen? Ich bin jetzt schon mal sehr dankbar, was alles passiert ist in den letzten Monaten, im letzten Jahr. Das ist, ja, unglaublich. Also da bin ich wirklich, das hat halt eben auch so ein bisschen die Corona-Krise ergeben, dass ich da Chancen bekommen habe. Und ja, also mehr als dankbar sein kann man eigentlich eh nicht und das alles genießen. Aber ich würde mir wünschen, dass es so ein bisschen so weitergeht und dass ich noch viele tolle Sachen moderieren darf. Wenn wir uns hier in fünf Jahren wiedersehen, über welche Schlagzeile in den Medien wärst du extrem stolz? Was steht da ganz oben? Egal, ob das jetzt eine Boulevardzeitung ist, ob das ein Standard, eine Presse ist, was steht da oben drauf? Ganz, ganz, ganz weit oben. Christina Inhoff, und dann kommt was? Ich kann es jetzt nicht so in Worte fassen, wie die genau lauten soll, aber ich würde mich freuen, wenn mich die Menschen weiterhin als zugänglich, bodenständig, positiv und nett wahrnehmen würden. Und wenn man da, also die Headline überlasse ich dann den kreativen Schreibern und Schreiberinnen, aber so in die Richtung würde ich mich sehr freuen. Okay. Ja, wenn Ihnen mein Heiterbildungspodcast, meine besonderen Gäste und Gästinnen und die Philosophie dahinter gefällt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn Sie ihn abonnieren, liken, teilen, weiterzählen, ausdrucken, einrahmen, verschenken, verkaufen und was auch immer Sie damit tun möchten, was dazu beiträgt, mehr positives Denken, gute Stimmung und mehr Leichtigkeit ins Leben zu bringen. Ich fände es toll, also allen Ernstes. Und was ich sonst noch so alles zum Thema Humor in meiner Business-Wundertüte für Veranstaltungen, Firmen, Unternehmen habe, das finden Sie auf meiner Website www.roman-scheliga.com. Liebe Christina, wir kommen zum Schluss. Die Heiterbildungs-Wundertüte. Aufmachen, auspacken, glücklich sein. In dieser Rubrik zum Schluss geht es um das kleine Wunder zwischendurch, das vielleicht große Wunder bewirkt. Was ist in deiner Wundertüte? Ein Buch, ein Restauranttipp, ein Podcast, in eine Serie, wo du sagst, also das müsst ihr euch unbedingt anschauen, anhören, lesen, zuhören. Gibt es irgendwas, wo du sagst, da bist du gerade drinnen, da geholst du dir Energie oder es ist lustig. Also so einen Geheimtipp aus deinem Herzen. Ein Geheimtipp, der sofort gute Laune macht und wo man eigentlich gar nicht anders kann, als sich mitfreuen, sind die Jubelszenen beim Sport. Und das merke ich immer wieder aufs Neue und ich liebe es nach wie vor. Wenn man eben zum Beispiel bei einer Meisterfeier ist oder ein Fußballteam hat, jetzt den Klassenerhalt geschafft und die sind so erleichtert, die fallen sich in die Arme, die heulen vor Glück, vor Freude, vor Erleichterung und all diese Jubelbilder, wenn man das sieht im Fernsehen oder eben sogar das Privileg hat, live dabei zu sein, dann kann man gar nicht anders, als sich mitfreuen. Und ich habe es mir in den letzten Tagen wieder gedacht, es ist so schön, wenn man sowas sieht und deswegen liebe ich auch eben den Sport, dass ich da arbeiten darf und dass ich bei solchen Situationen dabei sein darf. Und das empfehle ich allen. Einfach zuschauen, wie sich andere freuen, dann kann man eigentlich gar nicht anders, als sich mitzufreuen. Als sich mitzufreuen, genau. Und Freude ist ansteckend. Ja, ansteckend. Wir haben ein wildes Jahr hinter uns. Es geht aufwärts. Liebe Christina, viel, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir hier ein bisschen zu plaudern über Vergangenheit und auch über die Zukunft. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Bleib gesund. Bleib so ein herzenswarmer Mensch bei aller Karriere, die noch vor dir kommt. Viele Menschen haben eine große Zukunft hinter sich. Du hast sie vor dir. Und ich wünsche dir und uns natürlich viel Spaß bei der EM. Also ich hoffe, wenn ich dich im Fernsehen sehe, dass du uns nur über die vielen Tore erzählst, die wir schießen und nicht bekommen. Ich gebe mein Bestes. Ja, danke, dass du da warst. Und mein Tipp zum Schluss, werte Hörerinnen und Hörer, geben Sie im Leben immer 100 Prozent, außer beim Blutspenden. In diesem Sinne viel Spaß an der Freude. Mehr von Dr. Roman Scheliga, dem humorvollen Arzt deines Vertrauens, findet ihr unter www.roman-scheliga.com.